Die Wahrheit ist das Gebet, das ich verrichten sollte. Die Wahrheit ist das, wonach ich streben sollte. Die Wahrheit, die Erkenntnis des reinen Streben, der Weg, der Weg im Leben. Die Wahrheit ist das Gebet, das ich verrichten sollte. Die Wahrheit ist das, wonach ich streben sollte. Die Wahrheit, die Erkenntnis des reinen Streben, der Weg im Leben, dener, die wahrhaft streben. Dener, die voller Leben im Leben, des Leben, das wahrhaft ist das Leben. Denen gegeben, die voller Erkenntnis und reiner Streben, nach der Wahrheit, die der Weg im Leben, der Weg des Lebens. Wahrhaft ist das Gebet, das ich verrichten sollte. Die Wahrheit ist das Gebet, das ich verrichten sollte. Doch dessen nicht alle erkenntlich, denn sie, wachhaft, uneinsichtig sehen, blinde Wahrheit, dessen sie unrein sind und bleiben werden. Denn sie, voller Streben nach dem Verderben, bis sie sterben. Wachhaft, unreiner Streben im Leben, voller Lügen, voller Sünden, denen sie mehr Bedeutung geben, wie der Wahrheit selbst. Der Wahrheit selbst, die wachhaft im Leben als Wirklichkeit gegeben ist. Sie, voller Ablehnung gegen alles, was wachhaft ihrer Unreinheit widerspricht und sich gegen ihre Überzeugung richtet, die wachhaft voller unreiner Taten und Überzeugung ist, aber nicht der Wahrheit der Wirklichkeit, die gegeben ist. Obwohl die Wahrheit Gottes sichtbar und als Wirklichkeit gegeben im Leben ist, dessen sie selbst ein Stück Wahrheit sind, verkennen sie die Wahrhaftigkeit, deren sie bleiben verdammt, sehen blind. Sehen blind, aufgrund ihrer Uneinsichtigkeit, dessen sie verdammt auf ewig sind. Ewig der Zeit, so wachhaft sie bleiben blind, der Wahrheit die befreit.